Musik 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 Ich hate es Junge, man hört Dodo rennen und einfach sein scheiß Hund läuft auch im Hintergrund Musik 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 Möchte wer Jump and Run machen? Ja, ich weiß nicht, ich hab Angst Musik Ok, ich geh als nächstes Musik Oh, jetzt Serverraum, natürlich find ich den Serverraum Musik 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 Oh nein, ich bin dazu Musik Oh nein, die sitzt außen vor Äh, kommen wir hier auf Ausnahme wahrscheinlich nächsten, ne? Glaub nicht Ok, äh, ja, wir müssen die Träger Und dann? Können wir uns nicht an der vorbeisten hier? Ja, müssen wir laufen, dann müssen wir da unten laufen und dann Oh, oh, oh Oh Ja, ich bin da Und da Oh Sie ist nicht hinter mir her Ah doch, ist sie Renn, 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 hier, hier Ich hab keine Stamina mehr Hier, Sackgasse Hallo I was too slow War aber well in effort Oh 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 Jesus Christ Kannst du das nicht vorher sagen? Aber das ist echt gut Kann damit Ein paar Sekunden später Warte Und jetzt Oh Junge dieser Baster Achso Okay Äh Kevin ist gestorben by the way Das Turret hat komplett umgepackt Die globale Offensive Nene, die Labyrinth 2 ist das jetzt Oh Oh Spider Oh 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 Dodo? Riskiere ich einen Blick? Warte Oh Dodo lebt noch Okay What the fuck Ist er drin sicher? Ich hab die Spinne nur auf mich zuspringen hören Also ich weiß nicht wie sicher Äh Also Gehen wir doch Jump Run Labyrinth Vor wie aus Hahahaha 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 Hier wo ich bin Hier wo ich bin Aber gib mir einen kurzen Sekunde Hahahaha Ich komm hier nicht hoch Ich bin zu fett Hahahaha 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 Oh mein Gott Wir gehen besser Ich mach dann den mit Ja ok wir dann gehen wir Was ist los mit euch? Hahahaha Ja ich bin ihm halb gefolgt Weil ich dachte er wäre Klicksand oder so Hahahaha Hahahaha Kill him Hahahaha Kill him now Hahahaha 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 Ich kann das nicht Done Hahahaha 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 Mit Любke Hahahaha roaring Rauscht Sieben Items 565 Hallo Hallo Was vragen Hallo hallo was bist du für ein geiz halt gamble mal mit deinem leben wir müssen noch mal zum eingang da liegen ja noch mehr sachen ich hab alles weggelegt ja ich bleib schon mal hier ich hab sogar zwei hier lukas kann es auch noch ein haben ich habe zwei wie echte lieder stehen wir hier und ich habe schlechte neuigkeiten das machen wir nicht halt nicht gut ziemlich leichter was der daug Ja Ich habe den nur auf einer anderen Seite gesehen, wie ich Sex habe. Oh, Lukas, Lukas. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der kam hier einfach richtig angesleidet, ja ich guck an, der geht vorbei. Ja komm hier, komm hier, komm hier, komm hier, komm hier. Get ready to receive some holy spirit. Oh, oh, oh. Nutcracker, Nutcracker. Oh mein Gott. Komm hier, komm hier, komm hier. Wir müssen jetzt hier links, hier links. Hallo, hier. Der interessiert sich nicht für mein Stand. Hallo. Hallo. Komm hier. Lauf, 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 lauf. Ich komme nach hinten. Simix, hier ist falsch. Hier ist falsch. Hier ist falsch. Folgt mir, folgt mir meine Kinder. Okay, folgt mir. Oh, brecken, brecken, brecken. Oh mein Gott. Hier, hier, hier. Warte, ich kann, ich kann nicht. Ah, der verkauft. Okay. Du möchtest tot? Nein, oder? Müssen wir alles verkaufen? Ich glaube nicht. Ja, damit wir dann, damit wir dann ein bisschen shoppen gehen können. Hier ist schon voll. Oh. 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 Ich wollte gerade sagen, wir müssen aufpassen. Ja, ja. Hilfe. Nein, Lukas nicht. Nein, Lukas. Nein. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Lukas mit dem Roboter. Oh Mann. Der mag die Geräusche gerade gar nicht. Ach ja. Rede mit dem. Ich muss mit dem ein bisschen talken. Oh, Tentacle Summer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Meinst du, meinst du, ich soll den das... Meinst du, ich soll den gleich mal erklären. Wie ist da dein? Ja und ich sind so. Weißt du? Ich weiß doch, wie ich über meinen Tentum Erwin spreche.